Das wäre die erste Seite, die sich dann durchprobieren zu stellen zu brechen. Aber... Intelligentesten sind sie ja nun nicht. Aber müsste auch gleich rum sein von der Zeit her. Ich glaube, bis 3 Uhr geht das. Aha. Ich sehe die Blüsse. Da könnten wir vielleicht Pech haben. Da sind wir noch zu sehr viel der Einzelnen. In der Afe steht das meiste noch aus Holz. Ich sehe die Blüsse. Ok, 1.20 Uhr Ja, da gibt es noch welche Ich hab keine Ahnung Aber da wären sie wohl Hier hochgekotzt, hier wurde ich hochgekotzt Hier hoch? Wie zum Henker? Haben sie das denn nicht geschafft? Brauchen wir nicht Wer kotzt hier hoch? Der da Na toll, er sind in der Seite Der da 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 jetzt müsste eigentlich Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht Achtung! Oh! Vogel! Das ist die Miste auch. Ich wollte vermarkieren, ihr schlag... Achtung! Aber... Bandicard macht daraus immer irgendwie ein... ... sehr monotones Ding. Eine sehr langsame Führung. Also wirklich mit sehr langen Pausen dazwischen. Obwohl ich gar nicht so eine lange Pause gemacht habe. Oh! Bist du runtergefallen? Ja... Bums! Meine Tasten sind sehr leicht eingestellt. Ich brauchte nur antippen, dann laufen nach vorne. Oh, ist einer reingekommen. Wo ist denn einer reingekommen? Ist denn welche reingekommen? Aua! Hier ist erschrocken, kommt das Vieh auf einmal durch die Ecke. Wo? Oh nein! Natürlich muss ich gerade jetzt sagen! Oh nein! Natürlich muss ich gerade jetzt sagen! Oh! Ja! Tja! Meine Tochter darf YouTube gucken! Ja, dann wird sie wahrscheinlich ruhig sein! Ist ja alles klar! Na dann mach doch gleich meine Zeit auf, damit sie dann meine Stimme rufen! Jetzt guckt meine Tochter in ihrem Krankenbett meine Videos! Ja, komm hierher, dann mach ich die Stoffe lassen! Ja, komm hierher, dann mach ich die Stoffe lassen! Also, sowieso geht es jetzt ne Stunde, aber trotzdem! Nicht cool! Da unten sind deine Videos überall! Oh! 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 undo! Oh! 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 Seit drei Stunden fühlst du schon wieder Jeter! Ja und? Ist doch nichts besser, was ich drüber nicht sauber mache! Nö! Ehhehhehheh!! Wo ist Emmy? also du bist auch gleich tot ja ich kann nichts mehr machen weil sie so schnell durch die eule scheiß Tür durchgekommen sind ich hab auch genug nach Muni scheiße ist sein Computer abgestürzt ist er jetzt komplett raus ok die zerkloppen hier gerade alles schaffst du das kriegst du das noch gewuppt ist er kloppen wir hier gerade alles nein unser Gegenstand muss repariert werden fuck wer verslebt das klappt wir sind drin und sie sind oben wie sie zerkloppen mich gerade sie zerkloppen mich gerade oh mein Gott sie wird sterben oh nein jetzt ist ja vorbei das ist schon Tag mach die jetzt doch mal her oder wie ist das oder mach die gerade wieder unten die Leiter kaputt sterbe ich gleich weil ich runterfalle und alles einstürzt das kann eventuell sein ja dann stirbst du auf jeden fall was machst du denn immer drei Stunden lang nachladen Aua! Du bist mitten unten in den Zombies gespawnt? Ja, merke ich auch gerade. Das ist natürlich ein Bild. Macht nix. Was ist das? Denk ich mal. Irgendwo ist hier noch einer? Irgendeine schreit hier. Oha! Sehr viele Säcke. Ja! Looten! Wo ist der denn? Alter! Wie können die denn bitte hüppen? Boah! Dann spricht der hier einfach quer über die Mauer rüber. Stimmt denn nicht mit dem? Stopp! Nein! Nein! Aber das hat es eigentlich gebracht, bloß vorne die Tür hat nicht lange genug gehalten. Ja, na ja, ist klar. Können wir uns noch was einfallen lassen und dann hier alles dicht bauen mit Stacheln? Hm. Dann könnte das tatsächlich was werden. Jo. So. Hm. Dann wird das in den Rucksack. Ja. Ja, raus kommen wir auch. Super. Hat der denn hier die ganze Munition verballert oder? Nö, gar nix. Also hat das nix gebracht. Nö. Schade. Kann aber auch sein, dass das Ding nur mit Kameras funktioniert. Weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, okay. Oh, hi. Hi. Kannst du meinen Rucksack einpacken? Oder mein Fahrrad zumindest? Kannst du meinen Moppeten holen? Ähm. Wo ist denn jetzt hier mein Fahrrad? Ich hab das für meins, weil ich vorhin ja gestorben bin. Ein bisschen Fahrrad fahren. Vielleicht sogar noch ein paar Stacheln rundherum. Dann könnten wir das sogar schaffen. Aber denk dran, die werden immer stärker, ne? Ja, ja, ich weiß. Ob wir denn nochmal Elektrozaun oder sowas hätten? Ja. Ein paar Teile haben wir davon. Das ist völlig überladen. Das ist völlig überladen. Das ist völlig überladen. Tüte Erbsen gefunden. Eine Dose meine. Eine Tüte Erbsen. Ähm. Miri, sie. Die packen wir auch erstmal wieder zurück. Municho. Masа? halt eisenstiefel stufe 6 Oh, das liebe ich und das liebe ich. Woher ist es? Was haben wir noch? Essen, Essen. Was hast du denn? Essen, 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 Essen. Warte mal, wo sind sie denn da? Da haben wir noch ein bisschen rum. Und ganz viel Essen. Essen, 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 Essen. Tu, KW, das auch. Bio und Fotos lassen. Oh. Und zwei haben wir noch. Süße. Super, duper. Moni haben wir noch. So, Tierfolge. Oh, 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 oh. Diese aufmerksam geilen, ausmerksamkeitsgeilen Katzen. Ja, dumm. Das können wir eigentlich auch nicht machen. Ja, oder so? Achso. So, haben wir jetzt alles? Oh, gott. Das blad. Oh, Gott. Das blad. zählt nur dass hier so 20 bären auf einmal auftauchen und alle türen so dafür so der perfekte abschluss kein mais obwohl sieben kartoffeln raus aus eine kartoffel pflanze und sieben mais verbreite ich dass so ist es kaffeesamen 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 warte stange voll Ja. Bist mehr Yoko-Gram. Obwohl die Ambers. Ja. Wie ist das? Was ist das? Ja. Prozent nachher drauf achten wie viel wieder rauskriegen das sieben Stück sind dann bleiben wir mal zwei über dann kann man das gleiche auch mal Okay. Ja, ja. Machen wir gleich Schluss. Oh. Okay, damit haben wir eigentlich alles. Wow. Weißt du gar nicht, Aloe Vera? Entschuldigung. Hm? So. Das ist nicht so gut. Ah, wo, Aloe Vera-Creme haben wir wohl erstmal genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ach so, ich wollte noch die Trap. Ich will in die Trap hier haben. Ah, warte, warte, warte. Ah. Lehm, verrottendes Fleisch und Holz. Lehm, verrottendes Fleisch. Wir brauchen um dem verrottendes Fleisch. Ein zwölf Stück kann ich jetzt machen, aber, das ist ja ohne so viel. Ah, okay. Das sei ja auch. Holzfunk. Auch als nächstes. Das ist nächstes Mal wahrscheinlich wieder eine Einpflanzfolge. Eine Einpflanzfolge. Eine Einpflanzfolge. Anbau, das dauert noch ein bisschen. Also, das ist nächstes Mal gucken, wie viel dabei rauskommt. Ich hab jetzt ganz viel Kürbis angepflanzt. Lass mich so aus, dass da tatsächlich sieben Stück rauskommen. Zwei per Seite und einmal Samen machen. Zwei per Seite. Oh, das ist ja auch sehr gut. Putting es so aus. Alles das ist. Ja, genau. Im Deklau.